Wie können Flugzeuge fliegen, obwohl sie so schwer sind? Die wichtigste Voraussetzung für ein fliegendes Flugzeug sind die Flügel. Die Tragflächen sind an der Oberseite gewölbt, während die Unterseite kaum gekrümmt ist. Zusätzlich kann der Pilot den Anstellwinkel der Tragflächen durch verschiedenste Klappen verändern. Aus der Form der Tragfläche und dem Winkel, den Sie mit der Richtung des Luftstroms einschließen, ergeben sich zwei Anteile für den Auftrieb. Der untere Teil des Luftstroms trifft auf die schräg gestellte Unterseite der Tragfläche. Die Luftmoleküle treffen auf die Tragfläche und werden durch diese nach unten abgelenkt. Nach dem Wechselwirkungsprinzip gilt, wenn die Tragfläche eine Kraft auf die Luftmoleküle ausübt, müssen die Luftmoleküle eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft auf die Tragfläche ausüben. Dadurch erhält das Flugzeug eine nach oben gerichtete Zusatzgeschwindigkeit. Es hat Auftrieb. Um diesen Anteil des Auftriebs zu erhöhen, kann der Pilot das Flugzeug schräg in den Wind stellen. Betrachten wir den oberen Teil des Luftstroms, so folgt der Luftstrom der Krümmung der Oberfläche. Diesen Coanda-Effekt haben wir bereits beim schwebenden Tischtennisball kennengelernt. Die Luft, die nah an der Oberseite der Tragfläche vorbeiströmt, bewegt sich schneller. Hier kommt wieder der Bernoulli-Effekt ins Spiel. Durch die hohe Geschwindigkeit ist der statische Druck an der Oberseite der Tragfläche kleiner, als der statische Druck auf der Unterseite. Es entsteht ein Unterdruck an der Oberseite der Tragfläche und sie wird dadurch nach oben gedrückt. Verwenden wir einen Föhn und eine selbstgebaute Tragfläche, so können wir beobachten, wie die Tragfläche nach oben steigt, wenn sie mit dem Föhn angeströmt wird. Braucht der Pilot mehr Auftrieb, so kann er zusätzlich Klappenauswand bzw. bewegen und dadurch die Krümmung der Tragfläche erhöhen. Verwenden wir einen Föhn und einen Föhn und einen Föhn und einen Föhn und einen Föhn.